So, hi und hallo mal wieder und ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder ganz, 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 ganz seltene Booster bei mir. Ja, und ihr wisst, die sind wirklich verdammt selten bei mir. Die Magitek Extra Bundesliga 2018, 19. Und warum mache ich die selten auf? Das wissen die meisten von euch auch. Das ist die Extraserie. Für mich ist das Geldverschwendung, gebe ich zu. Wer die Normalen sammelt, reicht es. Es gibt so viele andere, schönere Sammelmappen, wie ich finde. Aber, da da draußen immer welche sind, kannst du nicht mal wieder welche aufmachen und so. Habe ich also hier zwei komplette Display. Zwei Euro kostet ein Tütchen, zehn Karten. 20 Pakete sind in einer Box drin. Aber da sind ja auch, oder ist auch eine limitierte Karte hoffentlich drin, die ich in die normale Sammelmappen mit reinmache. So mache ich das. Aber weil, viele schreiben ja auch wirklich immer die Extras, nein. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt direkt mal an, ein Display zu öffnen. Und ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, was ihr von der Serie haltet, wie ihr sie findet, ob ihr sie sammelt oder einfach nur das Video anschaut. Ganz egal was. Ihr könnt hier und hier solltet ihr auf jeden Fall alles posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Das habe ich auseinander gepflückt. Und ihr wisst ja, dann ist das Ring immer das Booster-Poster. So, ich nehme jetzt mal drei von die Seite, immer die obersten. Drei von die Seite. Das wären dann 60 Karten, die ich hier präsentiere. Erstmal. Weil, wie gesagt, es sind die 10er Booster. Booster-Tütchen seht ihr selber. Die sehen alle gleich aus. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt direkt mal an. Und ihr schreibt mir alles darüber in die Kommentare. Das ist wichtig. Und ihr wisst ja, hier liegen die Standard-Booster-Karten. Die etwas höherwertigen, die packe ich immer nach rechts. Und die limitierten, wenn ich doch eine finden sollte, kommen ja immer bei mir in die normale Sammelmappe mit rein. Weil, wie gesagt, die Extras, für mich persönlich, Geldverschwendung. Ja. Aber, wie gesagt, jeder hat eine andere Meinung. Ihr schreibt mir eure. Oh. Weil, wenn ich die Karten jetzt so sehe, und ich habe ja schon fast alle in meine normale Sammelmappe drin, kommen die mir irgendwie mal doppelt vor. Ups. Zwar hier. Top für ein. Ja, da holt nichts raus. Ich weiß nicht, warum ich die Extras nicht mehr so mag. Ganz am Anfang, die ersten zwei Serien, die fand ich ja noch interessant. Aber dann, bin ich ganz ehrlich, die gehören eigentlich in die Mitte. Die sind nicht so hochwertig. So, die sind natürlich etwas hochwertiger. Zwar nicht viel hochwertiger, aber sie sind hochwertiger. Dritte Booster. Aber nichtsdestotrotz, ich bin echt gespannt auf eure Kommentare. Wie ihr die Serie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt. Ja oder nein. Oder auch, da draußen gibt es ja bestimmt auch einige, die meine Meinung teilen, dass es Geldverschwendung ist. Vielleicht bin ich ja nicht ganz alleine mit dieser Meinung. Uh. Kommt trotzdem da hin. So, jetzt kommt die linke Seite, die drei Booster. Wieder drehen. Ja, bis jetzt noch nicht so wirklich hochwertige Karten gefunden. Das muss man ja echt sagen. Das fünfte, das vorletzte Tütchen. Ups. Das war jetzt ein Kamerarenklar. Ja, ich bin jetzt still, weil ich schau mir genauso wie ihr jetzt einfach nur die Kartenmotive an und denk mir nur um ein Teil. Déjà vu oder so ähnlich. Oder so ähnlich. So, sechste und letzte Booster-Tütchen für heute von Magic Tech Extra Bundesliga 2018-19. Wie gesagt, und ihr habt es gesehen. Wenn ihr gerne davon noch mehr sehen wollt, ich habe noch einige hier. Wer aber trotzdem diese Serie mag und auch haben möchte, ich versuche irgendwas unter dem Video zu verlinken, wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt. Das auf jeden Fall. günstiger müsst ihr selber immer schauen, weil so ein Tütchen liegt bei 2 Euro. Deshalb kann ich immer nur einen Link runterpacken, wo ich finde, der Preis stimmt. Oh, schaut mir hier, eine limitierte Auflage. Richtig cool. Konnte ich euch wenigstens eine noch zeigen. Perfekt. Und wie gesagt, die packe ich einfach in das normale Bundesliga-Match-Attacks-Sammelmappe mit rein. Nicht schlecht. Konnte ich euch wenigstens sofort jetzt eine zeigen. Also, ihr habt es gesehen. Dritte Booster-Tütchen auf der linken Seite. Habe ich rausgezogen. Das mittlere von, also genauer gesagt, das zweite Booster-Tütchen auf der linken Seite war eine limitierte Karte drin. Aber das war es auch wirklich an hochwertigen Karten. Aber ich habe jetzt Lust bekommen. Ich nehme jetzt noch zwei raus. einen links, eine rechts. Also öffne ich doch acht Booster-Tütchen. Das heißt, 80 Karten, die ich euch jetzt vor die Kamera gezeigt habe. Weil ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich eine Club 100 oder was richtig, so eine richtig schöne, hochwertige Karte noch finde. Das wäre natürlich richtig genial, wenn ich euch sowas noch zeigen kann. Okay, ich habe mich jetzt in eine limitierte Karte gezeigt. Standard Booster-Karten, die nicht so richtig wertvoll sind. Und hier ist es nun das achte und definitiv letzte Booster-Tütchen von MagiTech Extra Display Bundesliga 2018-19. Und wie gesagt, wer doch Lust auf diese Serie hat, ich versuche natürlich uns ein Video zu verlinken, wo ihr irgendwas sicher und bequem bestellen könnt. Günstiger? Naja, müsst ihr selber wissen. Wie gesagt, ein Booster-Tütchen liegt bei 2 Euro. Aber trotzdem bin ich auf eure Meinung gespannt. Was ihr davon haltet, wie ihr sie findet und, und, und. Und natürlich, ob ihr es so findet wie ich. Einfach nur eine Geldverschwendung. Es mag ja draußen welche sein, die die Serie richtig abfeilen. Aber ich glaube, es sind nicht so viele. So, und das war's von MagiTech Extra Bundesliga 2018-19. Eine limitierte Karte gefunden, ist natürlich richtig perfekt. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Ansonsten war's das mal wieder, was für Kartenmotive in so ein Booster-Tütchen stecken kann. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu. und so ein Booster-Tütchen.